Nächster Part und nächste Gefahr So, den hätten wir da auch noch Schnee geplättet Da, man ist doch nicht mal bei der Quest und schon wird man hier bei dir gebracht Geh weg, du schwarze Witwe Geh weg Supi, du hast auch momentan nicht mal deinen Job erfüllt Oh, wir haben ein Level, wir haben das zum Skilling Ja, warte mal, ich denke da eigentlich schon mal automatisch dran Zur Not nochmal hier fotografieren, nochmal zur Not So, mal gucken, was kann mir jetzt schönes gehen Eure Kälteverbringung aus dem Boot ist hier zu 24% So wie seine Erhaltende Heilung So wie seine Erhaltende Heilung Okay Bebringung und Abbringzeit Oh, wie schlecht Eure Kälteeffekt Na, was für ein Kälteeffekt, hätte ich wenigstens sagen können Oh, darauf freue ich mich schon Okay Bebringung und Abbringzeit, naja, ist eigentlich nicht so wichtig Mensch, brauch ich eigentlich nicht so Aber Eisbarriere, das brauchen wir auch bald, wo sind das? Hier Wow, gibt's da spät Wow Warte mal, ich würde nicht lügen 50, 50, ja, lebe 40, jetzt nochmal Oder 50 Ah, warte mal, ich würde sagen, wir machen das hier Ja, bis geht das Punkt Ich kann auch das mal machen Ah, nee, brauchen wir nicht Komm Will das schon mal Komm hier, Wilfchen Nein, du hast verklickt Ich mag Wilfchen nicht Doch, ich mag Wilfchen Aber das sind Wurgen Wir wissen, witzig, dies nicht Das sind erste Wurgen Die erinnert mich auch bis in Harry Potter an diesen Diesen, diesen, diesen Oh, ich komm nicht drauf Ja, wer Wölfe? Ja, okay, wer Wölfe? Wow, Mann, ist mir grad warm Ich will auch nicht das Fenster aufmachen Heute war aber auch ein schöner Tag Schön wie Sonne Gestern war er nicht so Gestern war so ein bisschen Es war, ja, heute war es windig Sowieso Aber es war wirklich richtig prall die Sonne Und gestern war es zu schwül So kalt war es Es war schon kalt auch Ja, ich wollte meine Freunde nicht zu lange ihr Kleid tragen Wenn ihr ganz, ganz liebst seid, kann ich auch mal Bild veröffentlichen hier ein Bild reinschneiden in irgendein Special Video von mir und ihr Müsst ihr schon sagen, wenn ihr das wollt Einfach so werdet ihr es nicht machen Dafür müsst ihr euch anstrengen Komm her, ja So wird's gemacht, wir machen Elementar Und Die klatschen mal alle beide weg Die klatschen mal weg So wird's gemacht Oh Das war ja ein anderer, das war ein Besudelter Oh, die Besudelten und die Faulreiser greifen sich an Okay Das heißt, wir müssen den anderen helfen, den wir dann aber auch noch leidern können Hm Ja, ich weiß Ah, irgendwie haben die alle 50% wenn es sich rumschlafen, wenn es sich rumschlafen, wenn es sich aufwischen durch einkommen Naja Oh, ja, klar, die Scheiße, ich pack dich, ich pack dich, ich pack dich, ich pack dich gleich überheiß So Da 50 50 50 50 50 50 Auch, Mann, das ist doch wieder so, so dumm Oh Oh Ha Geil gecrittet Den crit war ja natürlich nicht so geil Und Wird aber jetzt schön flüssig, muss ich sagen Hä? Wo kommt der her? Oh Respawn Wir waren auf dem Respawn Punkt Ja, ja, du mich auch Ah, beide brauchen wir nicht Ah, doch, einen brauchen wir aber Ach mein, da müssen wir immer zwei killen, das ist ja auch doof Nee, der eine bleibt dann stehen bestimmt Soll's So, guck, bleibt der eine stehen Ja, das finde ich gut Das haben sie schön gemacht Komm, bis zu den Nacht heuland Klatsch Tschöcke Bäm Töcke Bäm Töcke Bäm Töcke Bäm Kein Mop mehr Und Töcke Bäm Wir müssen rein Komm her So, ah ja, wo bin ich stehen geblieben bei mein Kumpel hier Da waren es sagen, das ist ein ganz 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 neuer Let's Play Hat, glaube ich, vor zwei Wochen angefangen Boah Da bin wir ja nicht hundertprozent sicher Ja, macht das ganz okay Ähm Nicht der allerbeste Aber man wird ja immer besser Sein Mikro sackt ein kleines bisschen Jetzt, jetzt, jetzt legt das grad bestimmt ne Ne, man legt das grad Ähm, ja Hm Geht auch meine Klasse Ich hab ihn dazu inspiriert Let's Plays zu machen Warum schockt das so? Mann, Mann, Mann Was habe ich denn dir getan, Mensch? Mein Skype ist doch jetzt aus Gradliebe ist perfekt flüssig Ich hab dich sogar gelobt Man darf dich nicht loben Du doofer Oha Rechner wird aber auch schnell warm Oha, das liegt bestimmt Moment, ich will mal kurz mein Fenster aufmachen Kleinen Moment Ja, da Also bei der Hitze würd ich ja auch streiken So, da ist der Nächster Also bei der Hitze würd ich ja auch streiken So, keine Angst, in zwei Minuten läuft er wieder Kleiner So, nur noch ein Bitte verzeiht mir das, wenn's grad rumleckt Es leckt eigentlich eher selten bei mir Bam Ha 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 Oh ja Wenn's sowas seh ich doch mal gern sind Ich will den Kritzern Ah, schlammverschwörte Tagebuchseiten Oh, da chillen sie rum Oh, Rabob, Rabob Töten 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 Ah, verfehlen Das kommt mir ja wieder zu gut Bam, Faru Ja, Mann Hast du nichts was Schönes? Oh Wenn's gut aussieht Oh, grün Ich hab mir scheiße gehabt, dass das irgendwie schlechter uns macht Das ist mir jetzt voll rain Das macht uns schlecht Aber es sieht geil aus Oh, es sieht geil aus, Mann Das ist... Jaaaa Stufe 2 Okay, Beitritt Oh, Gildenruf gibt's jetzt auch Hat's nicht verschlechtert Ha 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 Gibt bei anderen verschlechtert Das ist witzig Okay, da hat uns einer angenommen Gildenruf 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 Aber es sind viele Mitglieder Sehr, sehr viele Und irgendwann kommen ja auch mehrere an Naja, zwei, dreißig Gildenruf Gildenruf Endlich hab ich dich mavischt Grins, grins Endlich hab ich dich mavischt Hä? Hä? Jo Äh, ja Ähm, grins, grins, grins Ich muss weitermachen Und jetzt bin ich aber voll aus der Rolle Oh, scheiße Bin ich multikauffähig Jo Ja Stop einfach Hä? Achso? Aaaah Woran hab ich schon aufgefallen? Aaaah Das gehört zu den anderen Titeln dazu Oder ich bin verflucht Ach, wir bin verflucht Hm Nicht so gut Mache Let's Play Und Die Gilde wird ja automatisch Auch in Youtube Damit Ähm Ver-öffendlicht Wenn du willst Wenn du willst Schau rein Bei Youtube Kingdom For Games Da wirst du Morgen das Video noch sehen Und so Das ist ja auch Anderen Das Schreiben Oder In Meine Notiz Grins, grins Nein Hä? Oder In Meine Notiz Grins, grins Haha Da grinst du mal richtig stark Und Wenn grad gilt Die würden doch abonnieren Und so was brauchen wir Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Leute, die auf den Tower mitspielen Ich mein, wer sieht das schon nicht gerne aus dem Tue Und wer jemand Lust hat, der auf dem vielleicht einen Server Auch noch Ähm Charakter hat Ähm Der versteht das jetzt nicht so Wer auf dem Server Macher Let's Player und die Gilde wird ja automatisch auch in Youtube damit veröffentlicht Wenn du morgen das Video noch sehen willst und so Kannst ja auch einfach unterschreiben Ich bin Let's Player Und spiele den auf 80 hoch Naja, auf 85 Aber irgendwo ist ein bisschen verschrieben Ähm Ja Da verstehen wir uns jetzt Oh Mann, warum leckt der so stark? Das krieg ich doch auch nen Krebsmensch Und Und Ja, gut, weil es so geleckt ist Habe ich jetzt nicht auf die Uhr aufgepasst Okay? Gleich gepaart Weiter